Das Camp gibt es jetzt im fünften Jahr. Entstanden ist das Camp so, dass ich mit meinem Sohn auf einem Fußballcamp war in Oeynhausen und nach drei Tagen habe ich mir dann überlegt, vielleicht könnte man das ja hier bei uns im Verein auch mal machen. In unserer Freizeit Fußball spielen können und wir sind auch gute Übungen aufgebaut und wir können es auch verbessern. Das macht auch Spaß. Das war halt auch die Übungen, dass wir halt morgen das Turnier spielen und die Überraschung. Und sonst gefällt mir eigentlich alles. Ja, begonnen ist es damals mit 30 Kindern, quasi nur mit einem Jahrgang und nach und nach haben wir dann ältere und jüngere Jahrgänge mit dazu genommen und im letzten Jahr waren wir bei über 60 Kindern. Also ich finde das cool, weil hier coole Übungen sind und man viel ganz viel lernen kann. Wir haben Fußballer dabei, die gerne im Vereinsfußball spielen, die sehr gut sind. Wir haben aber auch Kinder dabei, die halt mit dem Fußball jetzt noch nicht so häufig in Berührung gekommen sind und trotzdem ihren Spaß haben. Wir haben auch unsere eigenen Das war's für heute.